Hier vorne ist sie richtig, Zeit spielt keine Rolle, Claudia Roth. Bitteschön, kommen Sie her. Also ehrlich gesagt, erstmal schönen guten Abend und eine ganz, ganz, ganz große Entschuldigung für die Verspätung. Ne, ich rede jetzt weiter. Jetzt haben wir gesagt, also gut. Es geht schon wieder. Der Turbine Potsdam ver... Turbine... Tausende von Menschen da. Gott, das wird... Wir machen weiter wie besprochen.